Servus, ich bin's, Sabine vom Schlese-Magazin. Wir gehen heute zusammen ins Heimatmuseum. Dort treffen wir an Wolfgang Bernd. Der Wolfgang Bernd macht die Führungen im Museum und er hat uns jede Menge zu erzählen. Die ganze Arorbe besteht aus drei Teilen. Einmal das Haus hier, das ist 1446 gebaut und steht seitdem an dem Platz, ist nie umgesetzt worden. Das Haus hier, komplett aus Stein, ist also 1406, 1407 gebaut. In Stein haben zur damaligen Zeit ja nur Kaiser und König gebaut können. Und da wo jetzt der Neubau steht, links, war also das älteste Haus. Da gibt's also nichts mehr davon. Das ist weggessen, war 1931. Und man hat also dann da die Post hingebaut und die ist ja praktisch im Jahr 2004 ist die abgerissen worden und die Gemeinde konnte das Ganze wieder zurückkaufen. Das, was noch vor dem Haus, vor dem alten Haus übrig ist, ist hier die Wand. Die ist also, da ist ein Balken drinnen, aus dem war 1385. Und zwar wissen wir das so genau, weil also die Bauforscher der Münchner Uni hier herinnen waren, drei Jahre lang jeden Winter und haben also das alles untersucht mit einer sogenannten zentralogischen Untersuchung. Das heißt, die Bäume über ein Angebot. Und man sieht aufgrund der Ringe, der Wachstumsringe, waren das, und wo es gewachsen ist. Das ist also ein Kammerwagen, den bekommt die Braut als Mitgift mit. Und damit die Leute jetzt draußen sehen, wie, was für eine tolle, reiche Braut er hat, war das, da hinten haben wir ein Bild, ein großer Umzug, wo der also vom Haus der Braut zum Beutegang gezogen ist, auf den Hof. Und da hatte ich das alles mitgekriegt. Und man sieht, was denn die Leute damals eigentlich wertvoll war. Das war diese Bildstätten. Das ist eine ganz, es ist eine Endloskerze. Und damit die eine sehr lange Kerze, und damit die nicht bricht, hat man die jetzt so aufgefesselt, zum Buch, zum Block, damit man es hinstellen kann. Und hat das Ganze dann noch entsprechend verziert. Das ist also jetzt unser Bandraum mit den Trachten. Diese Trachten bzw. der Schalk, der da ist, ist also praktisch, wurde weitervererbt. Sehr kostbar in der Herstellung, zeitaufwendig. Und darum ist es von der Oma auf die Tochter auf die Insel weitervererbt worden. Der Schalk ist, wie jetzt auch, nicht auf den Körper geschnitten, sondern er wird also praktisch an den Körper angesteckt. Das heißt, so etwas anzuziehen dauert eine Stunde. Und es braucht also eine Unterstützung. Was wir da jetzt bekommen haben, ist also dieses originelle Lieder von der Küchner Liesl. Das ist da links in der Mitte drin. Mit dem hat die den König über den See gerudert. Und die Frau Armach hat uns das gegeben, weil sie sagt, also ihre Jungen können damit nichts anfangen. Nehmen sie es mit ins Museum. Und das ist also auch so, wie das langsam wächst. Wir haben vorhin, das ist also jetzt eine etwas einfachere Modellpuppe. Wir haben hier dann noch was. Und zwar, das sind die Modelle für einen Säckler. Es gab keine Läden. Also hat er praktisch eine kleine Lederhose, Strümpfe dabei gehabt und Schuhe. Und dann hat er gesagt, so was kann ich dir machen. Und dann ist es so gemacht worden. Amen.